So, und jetzt freue ich mich auf Jens Spahn, den der britische Guardian schon als kommenden Bundeskanzler sieht. Er ist einer der jungen Hoffnungsträger der CDU und wie wir neulich schon mal in dieser Sendung gezeigt haben, er wird bei CDU-Parteitagen mit wertvollen Geschenken verwöhnt. Es gibt in unserem Land noch viele harte Nüsse, die wir politisch knacken müssen und als kleines Symbol und vielleicht für die echten kleinen Nüsse diesen Handgemachten. Bisschen mehr, hätte er sich schon freuen können. Hier ist Jens Spahn, meine Damen und Herren. Herr Spahn, herzliche Verkochnung. So, ja, Herr Spahn, schön, dass Sie da sind. Ich unterstelle mal, dieser Nussknacker, den wir gerade gesehen haben, der hat doch garantiert inzwischen einen Ehrenplatz in Ihrer Wohnung, oder? Der liegt an der Seite in meinem Büro, der muss noch ein paar Nüsse knacken, hat er noch nicht. Ja, kommt aber, kommt aber, kommt aber. Super Geschenkidee jedenfalls von der jungen Union. So, jetzt machen wir zum Warmen gleich mal ein Rollenspiel, Herr Spahn. Ich bin jetzt mal die SPD, super Rolle. Masochist halt. Ja, genau, damit kann ich mich identifizieren. Also, ich bin jetzt mal die SPD und habe, trotz meiner Leistung, ist in der GroKo vier Jahre in der Öffentlichkeit nur auf die Fresse gekriegt. Jetzt erklären Sie mir mal, warum um Himmels Willen sollte ich mich die nächsten vier Jahre wieder von euch zu Klump regieren lassen. Erklären Sie mir das aber bitte in einfachen Worten, ich bin die SPD. Na, erstmal wäre es wichtig, ein bisschen selbstbewusster da ranzugehen, weil Sie haben ja in den letzten vier Jahren... Sie müssen sensibel mit mir reden, ich habe Schlimmes durchgemacht. Also, du hast ja viel erreicht, liebe SPD. Ach, wir duzen uns jetzt schon. Nein, ich soll doch sensibel ran gehen. Ich bin ja auch Genosse. Ich dachte, sensibel sind wir. Du hast ja viel erreicht in den letzten vier Jahren, liebe SPD. Du musst nur ein bisschen mehr drüber reden. Und es irgendwie gut finden, was du geschafft hast, dann glaubst du vielleicht auch die Wähler. So, wäre Teil 1. Ja. Und der zweite Teil ist, offenkundig gibt es hier ein echt tolles Land zu regieren. Also, ich glaube, 90 Prozent der Politiker auf der... Deutschland jetzt, ne? Deutschland, ja, ja. Ja, ich meine, 90 Prozent der Politiker auf der Welt würden wahrscheinlich gerne so ein Land wie Deutschland regieren. Ja. Und da kann man auch... Also, die Paketboden sehen das anders, aber... Ja, ich sage ja nicht, dass alles rosig ist, aber ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Ländern geht es uns hier schon ziemlich gut. Und ich verstehe gar nicht, warum es so ein Getänzel darum gibt, dieses Land mitregieren zu können. Das ist eigentlich eine ziemlich schöne Chance, finde ich. Und wenn du da, liebe SPD, dich dazu entscheiden könntest, mit uns die nächsten vier Jahre zu gestalten, dann wäre das was Schönes. Ja. Super angebaggert. So, jetzt... Aber jetzt mal ernsthaft. Also, wenn die SPD da nicht drauf eingeht, weiß ich auch nicht. Aber, Herr Spahn, das ändert ja nichts an dem Dilemma. Wir haben ja inzwischen verstanden, die Bürger in Deutschland wünschen sich unterscheidbare Volksparteien, was man auch verstehen kann. Jetzt, wenn wir auf die nächste GroKo zusteuern, müsst ihr euch wieder auf die zubewegen, die sich wieder auf euch. Ist es auf Dauer nicht doch sowas wie ritueller Selbstmord, was da passiert? Na, was nicht gut ist auf Dauer, ist eine große Koalition. Und vor allem, wenn Unterscheidbarkeit verloren geht. Menschen, die zur Wahl gehen, wollen eine Auswahl haben. Die wollen wissen, dass es auch einen Unterschied macht, ob ich CDU wähle oder SPD. Das war schön, ja. Ja, ne? Das ist auch ein Auftrag für uns alle, das wieder etwas deutlicher rauszuarbeiten. Notfalls mit Nussknackern. Jedenfalls haben wir beide, Union wie SPD, zusammen 14 Prozentpunkte verloren bei der Wahl. Und deswegen kann es halt nicht einfach nochmal vier Jahre so weitergehen. Sondern ich finde, die entscheidende Frage ist, haben wir was verstanden von dem, was da passiert ist? Wir haben ja Vertrauen verloren. Das hat zu tun damit, dass Menschen sich nicht mehr sicher fühlen am Hauptbahnhof. Das hat zu tun mit der Frage, haben die das unter Kontrolle mit der Migration? Und wir haben, glaube ich, auch ein bisschen wenig über Zukunft geredet, über Digitales, über Bildung, sondern viel über Gegenwart. Und die spannende Frage ist, kriegen wir jetzt was anderes hin miteinander die nächsten vier Jahre? Dann kann es gut werden und sonst wird es echt mühsam. Wir reden ja über GroKo 3.0 sowieso nur, weil Jamaika vor die Wand gefahren wurde. Jetzt sind Sie interessanterweise der Vermieter von Christian Lindner. Haben Sie ihm wenigstens danach die Heizung runtergedreht? Nein, es ist ja auch, auch Liberale brauchen eine Wohnung. Also, ja. Und da kann ich Privates und Politisches trennen. Zahlt er denn pünktlich? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Lindner am Ende so ein Mietnomade ist, der einfach auszieht. Die Wohnung vermüllt zurück, das ist nur eine Theorie. Waren Sie dann dabei, als die FDP da wie die sieben Zwerge aus dem Raum gelatscht ist? Was haben Sie da gedacht? Ich war dabei, ja, als Sie an dem Sonntagnacht, weil es ja mittlerweile schon gegangen sind. Also, es war ein bisschen komisch halt. Die FDP verlässt geschlossen den Raum sozusagen, das Gebäude. Und Claudia Rothfeld, ich weiß gar nicht, Markus Söder war nicht da. Alexander Dobrindt um den Hals. Söder, Markus, ja. Ja, nein, einem CSU-Leiter. Das war halt so ganz komisch, weil CSU und Grün war ja vorher sich nicht so grün. FDP geht gerade. Also, es war irgendwie schon eine komische Szene. Die haben dann, jetzt im Ernst, die Roth hat vor lauter Trauer mit einem CSU-Typen gekuschelt. Weil das habe ich noch nirgendwo gelesen, muss ich ehrlich sagen. Naja, es war so die Stimmung, ja, ich glaube, so war es sogar so. Aber egal. Irgendwer hat irgendwen umarmt, genau. Das komische ist halt ja nur, was da wirklich an dem Arm passiert ist. Es hat sich ja was verändert, insofern, als über diese vier Wochen zusammen reden, weil wir natürlich alle miteinander, ist ja ein bisschen Gruppentherapie gewesen, auch voneinander gelernt haben, einfach zu verstehen, warum der andere was denkt. Hat ja tierisch was gebracht. Naja, Sie müssen sehen, wir haben seit zwölf Jahren regiert. Und haben dann so ein bisschen auch den Anspruch, Jungs, wir wissen schon, wie das geht. Die anderen kommen aus zwölf Jahren Opposition, die Grünen. So aus der reinen Lehre zwölf Jahre. Und jetzt will man rein ins Regieren. Die anderen kommen irgendwie aus vier Jahren außerparlamentarischer Opposition. Eigentlich schon fast politisch tot gewesen vor vier Jahren. Und das sind halt drei sehr unterschiedliche Situationen gewesen. Und vielleicht war die Zeit einfach nicht reif dafür, als wären nicht nur Inhalte. Es war so eine Gesamtstimmung, glaube ich, die am Ende zu der Entscheidung geführt hat. Ich bedauere das, aber ich akzeptiere das auch am Ende. Ich halte von diesem Nachtreten, dass da einige machen gar nichts. Ne, das sehe ich auch so. Ich hoffe trotzdem, dass ich diesen Balkon nie wieder im Fernsehen sehen muss. Eine Sache noch. Irgendwer muss ja regieren. Wir regieren ja noch. Ja, die Geschäftsführer in der Regierung arbeitet ja weiter. Als junger Shootingstar der CDU macht man sich naturgemäß... Ist das nicht furchtbar, dass man... Ich bin die Tage als blutjung vorgestellt war bei einer CDU-Fahrerschau. Wenn man mit 37 noch blutjung ist, dann hat die CDU irgendwie auch ein Problem. Das sage ich seit Jahr. Ja. Aber gut. Sie könnten, Sie könnten, ist mir heute bei der Vorbereitung aufkommen, Sie könnten quasi mein Sohn sein, wenn ich mit 13, aber ist ja auch egal. Ich habe mehrere Porträts über Sie natürlich gelesen. Sie sind ja nicht schon über 50. Oh, vielen Dank. Sie wissen ja, wie es geht. Ich habe aber eine Sekunde gebraucht. Ja, ja. Wenn, dann schnell schleimen, sonst bringt das nichts. Ich habe ein Sternporträt über Sie gelesen und habe wieder was gelernt über sogenannte Parteifreunde. Denn ein namentlich nicht genannter Parteifreund von Ihnen wird zitiert mit dem Satz, dem Spahn geht es immer nur um Jens Spahn. Spahn verglichen mit Spahn ist eine Ich-AG eine soziale Veranstaltung. Der ist unser Markus Söder. Also, das letzte war eindeutig eine Beleidigung, aber stimmt der Rest? Nein, wir, na, erstens mal, wenn man mit Mitte 30 keinen Ehrgeiz mehr hat, dann glaube ich, macht man was falsch. Dann wird man irgendwie nicht Anchorman, wie es so schön heißt, einer Heute-Show und nicht erfolgreich in Medien sein. Dann ist man... Jetzt können Sie wirklich aufhören zu schleimen. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich wundere mich manchmal, dass das irgendwie... Natürlich möchte ich gestalten. Natürlich möchte ich vorankommen. Ich glaube schon, dass ich ein paar Ideen habe, was die Digitalisierung angeht, was dieses älter werdende Land angeht, mit denen ich eben auch was gestalten möchte und nicht nur darüber reden möchte und deswegen natürlich in Funktionen kommen möchte. Erster Teil. Und zweitens geht es mir dann vor allem auch um die Sache. Ich diskutiere gern, auch kontrovers. Ich finde nichts schlimmer, langweiliger als eine Veranstaltung, wo alle einer Meinung sind. Dann erst fängt die Kiste hier oben richtig an zu arbeiten, wenn es auch mal rund geht. Und das heißt eben, ich stelle mich gern auch mal hin und habe dann eine Diskussion mit viel Emotionen dabei. Solange man sich nicht anschreit, sondern ums bessere Argument ringt, geht das. Darum geht es mir. Wenn einige anonymen was anderes dazu sagen, muss ich damit umgehen. Aber wenn jemand schon seinen Namen nicht dazu sagt, sagt das ja alles. Sie beherrschen in jedem Fall sehr wilde Osterspiel mit den Medien. Ich habe mir das mal angeguckt, wie oft Sie es mit welcher Geschichte auch medial nach vorne geschafft haben. Sie sind mir das erste Mal aufgefallen, als Sie, ich glaube das muss so 2008 oder 2009 gewesen sein, da haben Sie öffentlich eine Rentenerhöhung kritisiert. Und da haben Sie es direkt mit der kompletten Seniorenunion verdorben. Und ich glaube mit fast allen ZDF-Zuschauern. Werden Sie beraten in solchen Fragen oder haben Sie einfach eine Antenne, welche Geschichten gerade ziehen? Nee, also das war tatsächlich 2008, wo es eine außerplanmäßige Rentenerhöhung gab. Wir haben übrigens gegen Rentenerhöhungen, wenn die Löhne steigen, steigen die Renten. Alles prima, die letzten Jahre. Das war eine außerplanmäßige Extraerhöhung. Warum? Weil 2009 Bundestagswahlen waren. So simpel ist es. Und was ich gesagt habe ist, ich halte das für falsch, weil das müssen spätere Generationen bezahlen, was wir da tun. Und deswegen sollten wir es lassen. Das fanden natürlich die, die da, verstehe ich auch. Also wenn ich eine Erhöhung kriegen würde, würde ich mich auch lieber freuen, wenn sie kommt, als wenn sie nicht kommt. Aber ich finde, solche Debatten müssen wir halt miteinander aushalten. Vor allem in diesem älter werdenden Land werden da noch viel mehr solche Diskussionen kommen. Ich fürchte auch. In den 2030er Jahren gehen jedes Jahr doppelt so viele Menschen in Rente, die aus den Schulen nachkommen zum Arbeiten. Und wenn sie dann in Rente gehen, kommen halt relativ viel weniger nach. Also diese Rentendebatten werden noch sehr emotional werden und wir sollten es mal lernen, das auszuhalten. Ich finde es übrigens völlig legitim, dass man sagt, dass man was werden will. Trotzdem haben inzwischen ja auch ein paar Parteifreunde ihnen, oder Freunde in dem Fall, wirkliche Freunde, gesagt, pass auf, du gehst zu viel in Talkshows. Ich bin ja froh, dass sie hier sind, aber zwischendurch hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie jetzt anfangen, bei den Plasberg in die Kulisse reinzuwachsen. Also wenn ich reingesappt habe, waren sie immer da. Muss man aufpassen, dass man es nicht ein bisschen überdreht, dass man nicht irgendwann den goldenen Bosbach verliehen kriegt? Na wir. Ist eine Gratwanderung. Klar ist das eine Gratwanderung. Ich versuche das auch natürlich zu dosieren und zu überlegen, wann gehe ich in welche Sendung ich gehe. Und ich bei weitem nicht in jede Sendung. Aber andersrum finde ich, ist es auch unser Auftrag zu erklären, was wir tun. Und dafür hinzustehen. Und auch mal, es sind ja auch meistens die Sendungen, wo es dann mal etwas kontroverser wird, etwa bei der Rente. Wo viele dann auch eine Position, die mal nicht von jedem lieb gehabt wird, auch nicht einnehmen mögen. Und ich finde, also mir ist jedenfalls wichtig, dass die eingenommen wird. Und da, wo es passt, gehe ich dann auch in eine Sendung. Aber Sie haben schon recht, die eigentliche Politik wird nicht in Sendungen gemacht, sondern im Deutschen Bundestag. Ich weiß aus verschiedenen Interviews, Sie reden ungern über Ihre kommende Kanzlerschaft. Trotzdem nur eine Frage zum Schluss. Stimmt das, dass in Ihrer Abi-Zeitung schon stand, er wird Bundeskanzler? Das stand da, aber ob Sie es laubt oder nicht, nicht von mir dahingeschrieben. Natürlich. Guttenberg hatte das geschrieben oder so. Ja, ja, genau. Wie gesagt, man muss sich über jeden freuen, der was werden will. Und abgesehen davon, es gibt doch in der CDU auch noch andere, die das theoretisch machen können. Diesen Thronfolgerjob zum Beispiel. Die Zeit haben wir jetzt gar nicht. Herr Spahn, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben lange überlegt, was wir Ihnen zum Abschied schenken können. Dann ist uns eingefallen. Das ist ja ganz einfach. Jens Spahn, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Vielen Dank.